Nicht zu vergessen, das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Idee des Good Friday-Welt ist irgendwann mal dazu entstanden, nicht die Vergessenheit geraten zu lassen, die täglich ihren Dienst verrichten. Okay, ich möchte keinen sehen, der hier 20 Sekunden an den hier macht. Ihr bleibt in Bewegung, bewegt euch langsam auf 10 Uhr. Oh, oh! Hey, hey, hey Achtung! Das waren 20 Minuten für alle, die bereit sind, alles zu geben. Stamos Hula! Kadevus Hula!